28. Spieltag in der Penny DEL, das dritte Aufeinandertreffen zwischen Frankfurt und Augsburg. Jeweils ein Sieg für beide Mannschaften bisher beim direkten Vergleich. Rein ins Spiel, Frankfurt legt direkt los wie die Feuerwehr und hat gleich erst mal eine richtig gute Gelegenheit. Nach etwas mehr als einer halben Minute hier Bock mit dem Querpass für Napravnik. Und was für eine Parade von Markus Keller im Tor der Augsburger Panther in seinem 200. DEL-Spiel. Kurz darauf dann Bulli vor dem Frankfurter Gehäuse. Die Löwen heute mit Marvin Küpper im Tor und der muss gleich zweimal richtig gut aufpassen. Augsburg vom Bulli weg mit dem ersten Schuss. Küpper kann nicht festhalten und dann der Rebound und die Chance für Augsburg-Mitchell. Dann gibt es Überzahl für die Löwen nach knapp sieben Minuten. Lajunen kommt an die Scheibe. Guter Pass auf Außen und dann ist das Tor eigentlich leer, um in Führung zu gehen für Frankfurt. Aber Rowney, der trifft den Puck nicht richtig und dann landet der Puck am Außengestänge. Dann wieder die Frankfurter weiter in Überzahl. Noch eine halbe Minute, einer mehr. Brace mit einer Energieleistung nimmt erst den Schuss. Der wird abgefälscht. Dadurch kann Keller den Puck nicht festhalten. Matuschkins Pass und Brace holt sich dann den eigenen Rebound. Hier gut zu sehen. Der erste Schuss abgefälscht. Keller reagiert noch. Aber gegen den zweiten Schuss, da ist er einfach machtlos. Sieben Minuten noch zu spielen im ersten Durchgang. Es geht plötzlich ganz schnell. Esposito für Niklas Andersen und der hat da einen Handgelenkschuss auf Lager, der 135,5 Stundenkilometer schnell ist. Der Däne mit seinem zweiten Saisontreffer. Was für ein Tor. Keine Chance für Küpper. Der Ausgleich rein ins zweite Drittel. Augsburg in Überzahl. Spielt das gut. Spielt hinter dem Tor entlang. Esposito. Und dann ist plötzlich Harkulinen da in perfekter Schussposition. Ganz alleine läuft er sich da frei. Kann sich die Ecke aussuchen. Und lässt Küpper auch hier keine Chance bei seinem zwölften Saisontreffer. Dann Frankfurt auf dem Weg nach vorne. In der Ecke Kunig. Der setzt sich durch. Schaut kurz. Und dann kommt jetzt ein schneller Pass vors Tor. Und da ist Konstantin Vogt. Hier gut zu sehen. In der Zeitlupe. Dicke Chance für Frankfurt zum Ausgleich. Aber Vogt verpasst. So bleibt es beim 2 zu 1 für Augsburg. Und die Panther haben dann achteinhalb Minuten vor dem Ende des zweiten Drittels wieder Überzahl. Und Rantakari mit dem Handgelenkschuss von der blauen Linie. Und plötzlich jubeln die Gäste. Einfach nur den Puck Richtung Tor geschmissen. Was ist da los? Die Hintertorkamera zeigt es. Carter Rowney nämlich da. Versucht den Puck aus der Luft herunter zu fischen. Und lenkt ihn unhaltbar für Marvin Küpper ins Netz. 32. Minute. Das 3 zu 1 für Augsburg. Der dritte Durchgang. Frankfurt investiert viel. Frankfurt hat diese gute Chance. Aus Markus Schweiger macht er eigentlich alles richtig. Zieht alleine Richtung Markus Keller. Und die Rückhand. Aber wieder die Fanghand von Markus Keller. Dann nimmt Frankfurt kurz vor Ende den Torhüter raus. Hat auch noch Überzahl. 6 gegen 4 auf dem Eis. Der Puck kommt zu. Julian Napravnik. Und der hat es dann leicht mit seinem Treffer in der 60. Spielminute. Kunik mit dem Rückhandpass. Und Napravnik mit dem Schuss ins leere Tor. Bei 6 gegen 4 Überzahl. Hoffnung keimt auf für die Löwen Frankfurt. Dann gibt es dieses ganz, ganz wichtige Bulli. Mitchell gewinnt es. Southorn leitet den Puck weiter zu Luke Esposito. Und der markiert sein 7. Saisontor. Mit einem Empty Netter. Und setzt den Schlusspunkt. Dank einer starken Mannschaftsleistung holen die Augsburger Panther den zweiten 3-Punkte-Auswärtssieg dieser Saison. Ja, war ein hartes Spiel. Aber wenn man am Schluss mit 3-Punkte-Heim fährt, dann darf es gerne auch hart sein. Und ich glaube, wir haben heute ein richtig gutes Außenspiel gezeigt. Defensiv viel wegblockt. Gute Arbeitgeisterin. Vorne war man effektiv. So soll es sein. Ja, I think it's a scoring game. And then, like I said, I think they used pretty well their chances. They protect the net pretty well. So, I think, yeah. And also their goalie played well. So, it was a tight game. Have all the chances. So, just have to take the positive thing now in the next game. Mit Markus Keller in seinem 200. DEL-Spiel im Tor gewinnen die Augsburger Panther mit 4 zu 2 bei den Löwen Frankfurt.